Das kennen Sie bestimmt auch aus anderen Handsporthausen vom Berufscharakter. Das fängt jetzt der Riebigzeit mit dem Weißelböse der Altersaktiv 5-8-Gate-Berrymü, wo der Gauernhof zu sehen ist. Danke. Ich wünsche Ihnen noch den unterschiedlichen Präsidenten der Helden-Generations- und die übrigen Teilnehmern. Bei denen steht Stromtechnik und Feuerwehrkommunik. Auf jeden Fall der Technik, die wir uns vorhin verarbeiten. Diese 60 Kilometer, die wir uns verlassen haben, das ist eine Art Team.